Es sieht richtig gut aus für dich hier. Es könnte gut sein, dass heute der wichtigste Tag in Ihrem Leben wird. Sascha! So heiße Fracht fahr ich selber. Ich hab was für nicht. Siebte Woche. Hallo, sind Sie frei? Ja! Nein! Vorsicht! Wollen Sie vielleicht auch was trinken? Melissengeist. Ich dachte, es nimmt man eigentlich, um sich die Füße einzureimen. Wollen Sie noch einen Schluck? Ich chattet mit Nastasja aus Litauen. Ey, du chattest hier mit einem russischen Bergarbeiter. Geiles Gerät, ey. Okay, los geht's. Sascha hat mir erzählt, Sie sind fast 90. Da ist Schnee auf dem Dach, aber noch ordentlich Feuer im Ofen. Ist das Ihre Freundin? Die ist aber hübsch. Mann, du bist ein Schwein geworden. Das ist doch scheiße. Das war's. Ich geh jetzt. Und was ist mit dem Kind? Ist nicht mal ein Problem. Lieben Sie sich denn nicht mehr? Bitte, Frau Öller, lassen Sie es, okay? Ich war auch mal jung. Und ich weiß, dass zur Liebe Mut gehört. Wenn man so alt ist wie ich, dann bereut man nicht die Fehler, die man gemacht hat, sondern das, was man nicht gemacht hat. Das übrigens reich ist ein Mann. Ja. Na ja, Nastasja. Heißt Hartmut und wohnt am Bodensee. Das Arschloch. Sollen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen? Du kannst mir nichts vormachen. Du liebst deine Linie. Sie sind ein bisschen feiglich. Döner! 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 Geht vor. Das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versagen. Döner! Döner! Döner!